Nachdenkseiten Die kritische Website Die Rüstungswirtschaft hat Politik und Medien voll im Griff. Ein Beitrag von Albrecht Müller Heute schlage ich meine Regionalzeitung auf, die Rheinpfalz. Die Eigentümer dieses ihres Stammblattes, die Familie Schaub, besitzt eine Kette von weiteren Medien, Rundfunk und Zeitungen. Wie zum Beispiel die Freie Presse in Chemnitz, die Stuttgarter Nachrichten, die Stuttgarter Zeitung und die Süddeutsche Zeitung. Die Rheinpfalz ist des Öfteren repräsentativ für das Stimmungsbild, das uns frei Haus geschickt wird. Heute wird auf der ersten Seite davon berichtet, dass der Verteidigungsminister mehr Geld möchte, als im gerade erzielten Haushaltskompromiss vorgesehen ist. Und der Generalinspekteur der Bundeswehr, so ist zu lesen, erwartet, Garantien für eine deutliche Aufstockung in den kommenden Jahren. Sowohl der Minister als auch sein höchster Beamter äußern öffentlich Kritik am Bundeskanzler und den Koalitionsgremien, die den neuen Haushalt nach mühsamen Beratungen gerade beschlossen haben. Dass die vom Steuerzahler bezahlten Beamten bzw. höchsten Soldaten öffentlich Kritik am Haushaltsbeschlüssen äußern dürfen, ist ein besonderes Phänomen unserer Zeit. Man könnte auch das eine Zeitenwende nennen. Selbst beim toleranten Willy Brandt hätten sie sich das nicht getraut. Beim Bundeskanzler Helmut Schmidt sowieso nicht und vermutlich auch nicht bei Helmut Kohl. Heute geht das. Es geht nach meiner Einschätzung auch deshalb, weil die Rüstungswirtschaft überaus mächtig geworden ist und diese Macht vermutlich ihrem großen Einfluss auf Medien verdankt. Ich muss ein paar Details der üblichen und heute wieder sichtbaren Propaganda nennen. Der Artikel, von dem hier die Rede ist, trägt den Titel Pistorius verärgert über Wehretat. Er ist auf der Frontseite der Rhein-Pfalz erschienen. Seine Quelle ist übrigens DPA. Deshalb kann man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass in anderen Zeitungen wie auch beim Hörfunk und beim Fernsehen auf diese Quelle rekurriert wird. Auf Seite 2 derselben Ausgabe gibt es einen Kommentar mit der Überschrift »Zaghafte Zeitenwende«. Dort heißt es im Vorspann »Mit den geplanten Verteidigungsausgaben verfehlt die Bundesregierung gravierend ihre eigenen Ansprüche. Das ist gefährlich«. Im Text taucht dann so alles auf, was man für die übliche Propaganda braucht. Der Gegner wird personalisiert. Putin führt einen Angriffskrieg. So beginnt der erste Absatz. Putin hat Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt, um seinen Krieg langfristig führen zu können. Typisch, diese Personalisierung. Und dann tauchen wie oft üblich bei solchen Artikeln und auch unentwegt im Fernsehen sogenannte Experten auf. Auch der Begriff »Kriegstüchtig« darf natürlich nicht fehlen. Auf Seite 3 folgt dann ein Vierspalter zum NATO-Jubiläum und, wie könnte es anders sein, ein kritischer Artikel an Orbans »Selbsterklärter Friedensmission«. Ähnlich sieht die Propaganda in anderen Medien aus. Im Schrifttext finden Sie ein paar Belege aus der Süddeutschen Zeitung. Zum Beispiel »Zum Beispiel »Pistorius vor NATO-Gipfel verärgert über geringen Wehretat« oder »Werretat«, »Sicherheit hat ihren Preis« und so weiter und so fort. Ich mache auf diese penetrante Propaganda aufmerksam, weil Propaganda schon häufig in der Geschichte am Anfang von Kriegen stand. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.